...geschlafen. Ja oder nein, sei ehrlich? Nein! Nein! Ich höre dir! Nein, das ist ein bisschen... ...hat mit einem Hausmeister geschlafen, ja. Ich habe auch so gehört. Lieber, was sagst du jetzt zu deiner Verteidigung? Die Wahrheit kommt immer. Am Ende des Tages ist im Licht. Ich habe nicht mit einem Hausmeister geschlafen. Was war das denn, wenn das denn Hausmeister war? Was war das denn? Was war das denn, was war das denn? Wie soll ich denn mein Brief mit ihrem Begriff... Mach eine Achtung mir. Charre, Charre, vielnilik, yapma Charre. Yapma schon mal. Lieber, hat er... ...hier ist denn an Nenüs'nüme... Lieber, sie war heute mein Live! Das hat sie gesagt! Das stimmt, ich habe auch gehört. Hat dir einen... Ja, Milos, solche... ...hat dir mit einem gewünschlafen oder nicht... ...lachen ist ja, wein ist rein. Ich bin die beste Kerim. Hast du mit einem Hausmeister geschlafen, ja oder nein? Lieber, hast du nicht gemacht? Nein, hast du nicht gemacht? Du hast nicht gemacht? Du hast nicht gemacht? Schloppt deine Mutter! Schloppt deine Mutter! Du weißt warum? Ich habe letztens gesehen, ein Hausmeister hat dir einen Löwen geschickt... ...und zwar, glaube ich, wegen des... Nein! Nein! Hier bei mir schreibt jeder sechs... Jeder hat's gemacht. Jeder sagt, du hast gemacht. Jeder stimmt auf Ja ab. Lieber nein! Leute, wir machen Abstimmung! Rot ist... Rot ist hier! Rot ist hier! Sie hat bei mir auch Abstimmung! Rot, sie hat gemacht! Ey, nass ihr habt denn schon, der in der Sochtung war? Charre, äh... Oze, wenn er aber dann hat gesagt, ...zehn Göttöne Video muss... So, Abstimmung! Äh... Wollte ich geben... Hat sie gemacht? Aber ich will kein... Wenn die Sonne Göttöne für Geld... Wenn... Wenn ich Gülde werde... Ich wollte meinen Göttöne geben, aber die wollen mich irgendwie nicht. Auch homosexuelle Leute finden mich ekelhaft. Aber immer noch besser wie ein Hausmeister. Das hat deine Freundin gesagt. Äh... 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 Ey Leute, das ist hart. Lieber, sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Gel, bende es haben bir kere vereyim bari. Hausmeister veriyorsam, bade ver. Tamam, unten eine Bedingung. Tamam. Ağzına boşalcam, sen de yutcam. 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 Yaaa... Sen kendine orospu çocuğu mu diyorsun? Oh my god. Ich bin hier, dass die Leute in gutem Weg leiten. Ey, charialaf yok, charialaf yok, charialaf yok. Sie kennen Paransler, wenn man... Charialaf yok. Charialaf yok. Amunakoyim. Was ist los hier? Amunakoyim. Ich schwör, Leute, ich feiere lieber auf. Aber ich schwör. Ey, lieber, 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 warte mal. Was ist das jetzt? Erzähl mal, wie hat diese Beef mit deinen besten Freundinnen angefangen und warum habt ihr Stress seit zwei Tagen? Wallah, ich krieg gleich Herpes, weil ich mich ekel. Hör auf damit. Wegen den Hausmeistern? Wegen den Hausmeistern? Was für beste Freundinnen dann? Wegen den Hausmeistern? Ey, wer war diese... Schau mal, vergi, hör mir zu, brühe. Das Thema war ihr beste Freundinnen. Wir können Aase gucken, wie uns haben meine beste Freundinnen von uns. Aber hey, 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 hey. Kimin Aase gucken. Kimin Aase gucken. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Kimin Aase gucken. Komm, wer ist das denn? Hä? Kimin Aase gucken, jo? Kimin Aase gucken, jo? Wer ist das denn, der Mut ruhig hat? Ja, wenn du ein hast, sag Name. Komm. Sag doch Name, nenn doch Namen. Ja, nenn doch Name. Das ist gut, aber noch wo du mein Name ist, jo? Schöne. Aber ich sage, sie auf und ist, du? Das ist gut, dass du, wie sie auf dem Borden bekämpf bist. Aber ich sage, tende ich Herrn, meine ich nicht. Aber ich sage, sag, was Mund zu hören, was du? Ja, ich sage, was du? Ja! Aber ich sage, wir uns mal zu hören, was du sagen. Aber ich sage, wir uns nicht. Aber ich sage, bin ich nur nochять, dass du nicht wahrnest. Ja, ich sage, ich sage, was du? Ja, ich sage, was du denn gar nicht sagen. Ich hab mein Lümmel gezeigt, ich geb das selber zu, du kannst mich nicht fertig machen, aber du, du ja, wenn ich jetzt will, ich mach dich fertig, aber ich mach dich nicht, weißt du wieso? Warte, warte, ich hol jetzt Gülle hoch, warte, Serkan, würdest du hierbleiben, wenn Gülle hochkommt? Ja, du sollt kommen, aber nicht zu gerne, hol dich hoch, hol dich hoch, Gülle, sobald du live wischst, schreib mir SMS, ich hol dich hoch, Gülle. Hey, 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 Ferhat, 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 erst mal bitte auf Deutsch, Ferhat, übertreibt nicht, Ferhat, mischt die Kinder nicht ein, hör auf damit, so mischt die Kinder nicht ein, mischt die Kinder nicht ein, mischt die Kinder nicht ein, Ja, du übergewichtiger Hausmeisterin, ja, du untergewichtiger Schwanz. Hay geben, es kommt, imieuze in der ready, wenn es, ich weiß, was du in der congregierte, let's nerin, was du verletzt, oder halt послед Duch API, das wird nicht ein, im Philippen, dann ja, du untergewichtiger , man um sie nicht ein. Du sucht Feb, du sucht Feb. Nein, Gülle sucht kein Feb. Schade. 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 Schade, bei allem okay. Bei allem okay, aber nicht auf Kinder. Nein, es geht nicht darum, Bruder. Nicht auf Kinder. Lieber Tanuf, bist du bei mir drin? Nicht auf Kinder. Gülle, Gülle, schreib mal in welcher Account bist du gerade. Schreib mal in den Kommentaren. Mach persönlich, aber nicht auf Kinder. Weißt du was, ich will mit Gülle auf deinen Knacken haben. Jetzt fangst du erst richtig an. Engel, sag mal, ich schlippli an den Arm. Gleich kommen die Beweise gegen Jack. Engel, gleich kommt es. Unterfälle aus Köln, ziehst du gleich. Gleich kommen die Beweise, hat er gesagt. Die soll auch, Gülle soll auch bewalten. Ich will Beweise sehen. Warte, ich will Beweise sehen. Ja, warte doch mal, ich muss... Ah, jetzt, jetzt, warte. Gülle, Altunkaya, hier. Komm mal rein, fettes Schwein. Lika, 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 Lika. Mein Hausmeister, kannst du kurz rausgehen? Bitte. Lieber, geh raus! Raus! Tchigime! Ganz kurz, ganz kurz. Gülle muss kurz rein. Nein! Tamsch, Milo. Mein Mann hängt ihn schon! Nein, Milo ist mein Bruder. Der ist mein Frankfurter Junge. Der hilft mir bei jedem Scheiß. Ja, aber es geht nicht, dass drei Männer gegen eine Frau sind. Okay, nein, Lieber, ich mag dich auf alles. Ich geb dir auch später, Alter. Lieber, ich tue... Du kriegst Kickel an deinen Dingens, der konntest schon rein, du hast nen Wartes, dann halt die Fresse, du Mann, Tarr, Alter. Milo, wir kriegen alle Sperre an, du kriegst, äh, du hast, äh, du hast, äh, Dingens, okay. Ich liebe dich, lieber, Walla, ich liebe euch, Leute, ich liebe euch, Walla, wir lieben uns alle, yeah. Ferrat, Ferrat, Ferrat. Ja? Sag, tu, Wallabag, bitte, tu mir nur einen Gefallen. Ja. Dein Live wurde was? Wegen Fitna, wegen dir, von Liva, von Liva, von Liva, von Liva. でも, Liva, geh mal raus. Nein, du hast auch eins bekommen. Nein, monik, Fitna, jeść. Na,大丈夫. Das ist proof. Ey, ey, geil,